Glaubst du, das Schicksal ist eine Frage von Zufall oder Entscheidung? Zufall. 100 Prozent. Single. Niemand darf wissen, dass ich dich gern mag. In einer Beziehung. Nun ist alles perfekt. Vielleicht zu perfekt. Getrennt. Du musst dich also entscheiden. Zwischen ihm und mir. Entweder Schluss mit Colin oder du sagst es mit ihm. Verlobt. Da könnten wir doch vielleicht nach dem Lobungsring gucken. Jetzt ist es ein Date. In einer offenen Beziehung. Also nur du und Matti werdet ihr euch küssen. Für Jenna ist und bleibt es in jeder Beziehung kompliziert. Wenn du noch Gefühle für Jenna hast, dann... Ich kann nicht. Awkward. Heute um 21.55 Uhr. Bei Nick Knight.